Der Tiger verlässt den FC Bayern. Für Hermann Gerland ist im Sommer Schluss beim Rekordmeister. Der Co-Trainer hört ein Jahr früher als vereinbart auf und sucht eine neue Aufgabe bei einem anderen Verein. Der Hintergrund? Neu-Cold Julian Nagelsmann sieht in seinem Trainerteam keinen Platz für Gerland vor. Es ist das Ende einer Ära. Der 66-jährige Gerland ist mit Unterbrechungen seit 25 Jahren im Verein, war dort lange in der Nachwuchsförderung tätig, diente bei den Profis unter Van Gaal, Heinkes, Guardiola, Ancelotti, Kovac und Flick als Assistent und genießt bei den Fans Legenden-Status. Das Trainerteam beim FC Bayern wird also rund erneuert. Neben Cheftrainer Hansi Flick und Hermann Gerland geht ja auch der andere Co-Trainer Miroslav Klose. Der hatte sich in den letzten Tagen verstimmt über eine Aussage Oliver Kahns gezeigt. Der künftige Bayern-Boss hatte erklärt, er könne Klose wegen der Ankunft von Nagelsmann keine Versprechungen machen. Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde. Zwei Co-Trainer gehen also, einen neuen bringt Nagelsmann aus Leipzig mit. Ende April hatte er erklärt, Benjamin Glück und Timo Hardung sind ja mit mir aus Hoffenheim nach Leipzig gekommen. Die werden mich dann auch nach München begleiten. Das ist mit Oliver auch so besprochen. Videoanalyst und Co-Trainer Benjamin Glück wird auch in München an der Seite Nagelsmanns arbeiten. Bei Teammanager Timo Hardung haben sich die Pläne mittlerweile geändert, weil die Bayern-Bosse für ihn keine passende Stelle fanden. Mit Kathleen Krüger haben die Bayern schon eine Teammanagerin, die bei den Spielern extrem beliebt ist und nach ihrer Zeit im Mutterschutz spätestens zur kommenden Rückrunde wieder ihren üblichen Posten einnehmen soll. Statt mit Nagelsmann zu Bayern wird Hardung wohl Markus Krösche nach Frankfurt folgen. Ein zweiter Co-Trainer fehlt Nagelsmann derweil noch. Hier soll nach Medienberichten Alfred Schreuder ein Favorit sein, den Nagelsmann aus gemeinsamen Hoffenheim-Zeiten kennt. Alles neu macht der Nagelsmann. Der FC Bayern scheint vor einer personellen Revolution wie einst bei Klinsmann zu stehen, der damals krachend scheiterte. Wie gefährlich ist das? Wenn Nagelsmann jetzt so reinkommt und sagt, ich will das so, so und so haben, gerade bei einem Verein wie dem FC Bayern, seine Identität ist auch die Tradition, mir sein mir und so weiter, auch wenn eben jetzt Höneß und Rum in die Gesicht zurückziehen, das kann schon sehr gefährlich werden für Nagelsmann. Auch im Spielerkader steht ja ein großer Schnitt an. Mit dem Abschied der Trippelhelden Alaba, Boateng und Martinez verlassen drei große Namen definitiv den Verein. Auch Costa und Saar dürften gehen. Mit Leipzig Supermecano und Reddings Omar Richards sind die ersten Neuverpflichtungen schon auf den Weg gebracht. Hoffenheim-Leihgabe Chris Richards könnte zudem nach halbjähriger Laie zurückkehren. Viel Veränderung also in Bayerns Trainerstab und Spielerkader im Sommer 2021. Und das schon lange, bevor die heiße Phase auf dem Transfermarkt überhaupt begonnen hat.